Ich muss unbedingt hinter den Geheimnis dieser verdammten Baumwipfel kommen. Wie macht ihr das, ihr verdammten Affen? Wie kommt ihr vom Baum zu Baum? Ihr seid doch gar keine Lianen. Ihr könnt doch wohl sehr schlecht den Turbosprint einsetzen, ihr kleinen Affen, ey. Ähm, hier ist wieder der Start. Oh Gott, das Spiel ist so verwirrend. Und, zumindest das Level nicht das Spiel, das Spiel an sich war bis jetzt eigentlich ganz einfach, aber das Level... Das ist schon wieder was ganz anderes. Irgendwie... Muss ich nicht auch... Ja, hier muss ich doch auch langrennen. Wo sind die Turboröhre? Mit der ich Turboröhre? Wo sind das Turboding, mit dem ich hier langrennen kann? Ähm... Keine Ahnung! Was machst du denn wieder hier, du Scheiß-Dieb? Guck mal, ob ich dich jetzt so kriege. Hey! Hallo, ich hab dich... Oh, ich hab hier noch voll getroffen, oder also... Da können die mir jetzt nicht sagen, ich hab ihn übelst getroffen. Okay, komm her. Ich folge ihm jetzt einfach. Tö, tö, der zeigt mir den besten Weg. Also, los geht's, du doobes Vieh. Hör! Was zum... Ähm, ähm, ja. Sehr realistisch. Und auch wieder nicht. Und auch wieder vielleicht. Und... Und, ja... Ich bin traurig. Ich bin einfach nur traurig. Bäh. Am besten sollte man den Dieben folgen, die zeigen einfach einen, den besten Weg. Muss man nicht selbst rum schnibbeln am Gedanken, wenn man das macht. Den Scheiß. Bäh. Einfach nur bäh. Ähm, so. Gut, der muss von ersten aus dann scharf nach rechts, um hier drauf zu kommen. Dann düst man einmal im Kreis, dann knall ich voll dagegen, und dann bin ich geohnt. Das wollen wir nicht. Gut. So. Du bist wieder da. Ja, du bist wieder da. Gut. Wir kriegen dich noch. Ey, ich renne voll gegen den, ne? Also, danke für diese tolle realistische Sache. Ich bin einfach mal spielen. So, rüber. Dann sind wir hier. Bam, 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 bam. Renn, 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 renn. Rüber. Jetzt haben wir Doppelboost. Oh, drüber. Fuck. Was habe ich falsch gemacht? Leute, ich will diesen Part nicht komplett in diesem Level verbringen. So. Jetzt hier rüber. Okay. Mich juckt schon wieder am Ohr. Verdammt, aber ich werde jetzt nicht kratzen. Das halte ich aus. Ähm, hier rüber. So. Eieiei. So. So, rüber. Renn, 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 renn. Spyro, du bist so ultra-mega-schnell. Wie, alle Frauen stehen auf dich. Wow, wow, das war knapp. Hui. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja, nee, 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 nee. Den kannst du dir jetzt in deinen Arsch stecken. Tja, du denkst, du wärst schnell genug für mich? Hast dich ausgepowert, ne? Tja. Gegen mich bis jetzt eine Null. Aber dann fehlt immer noch dieser Zweite bei dem Drachen da. Das ist auch wieder eine Klasse für sich. Oh, oh. Wupp. Was war das? Kann mir jemand sagen, was das war? Äh, äh, äh. Wir müssen von dort irgendwie kommen. Oder? Nee, geht ja gar nicht. Oh Gott, so verwirrend. Kann man es nicht irgendwie von hier versuchen? Nee, wow, geht schon mal gar nicht. Nee, so geht es auf keinen Fall. Was machst du denn wieder hier? Du bist doch schon längst tot. Oh Gott, ey. Wartet, wartet, wartet. Ich will mal was gucken. Wo kann ich mal, wenn ich, komm ich von hier? So, jetzt nochmal. So, drüberziehen. so wenn er in einem er hat er hat und ehemals das bringt das bringt als ich wieder hier einst toll die muss man anders gehen wenn ich nicht so weiter dumm anstelle dann müssen wir jetzt hat hier drin verbringen aber es sei der schlimmste Level für mich ich hasse dieses Leben das wisst ihr gar nicht wie sie ich hasse es muss klappen irgendwie die um dort hast du hier drüber her es geht nicht man kann auch so nicht so lange überlegen wenn man so schnell drauf ist hier so rüber oder knapp über rüber r doch Gott es geht nicht die 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 das die schon mich an b man muss von hier fliegen das weiß ich das muss so sein das heißt man muss von irgendwo kommen es geht ja irgendwie nur von dort das ist halt so weit weg wie wenn man hier im Kreis muss man noch dort und das ist zu weit weg ein Mann das ist immer so fies schwer und man kann auch nicht rückwärts schnell werden das ist noch beschissen ja 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 es schrecklich nicht mal um ein 9 ich wollte eigentlich den Boss dieser Welt eigentlich in diesem Party noch machen. Oder zumindest sehen. Aber so wie das aussieht, wird das ja wohl nichts. Kann man nicht doch abwärts? Nein, kann man nicht. Wieso denn auch? Ist doch voll unnötig. Oh, Mann. In allergrößten Notfall muss ich dasselbe einmal verlassen, dann wieder betreten ist dieser gelbe Klopfer wieder da. Ne, hier geht es auf keinen Fall. Da erwartet man zu viel von Spyro. Hier ist aber auch noch ein Weg, den er geht. Oh, Gott. Hier ist aber nur eine Rampe, da kann er nirgendwo anders hin. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einfach einmal rausgehen und dann wieder rein. Das ist jetzt die einzige Methode, die mir einfallen würde. Tut mir leid, aber das muss sein. Fick dich, du scheiß Wirbel. Warum bist du so geil platziert? Boah, dummer. So, nach Hause. Traurigerweise. Mach hin. Mach hin. Es fehlen noch 90 Edelsteine. Gut, jetzt nochmal Treetops. So, gut. Rein da. Ihr habt nichts gesehen. Wir haben das Level die ganze Zeit nicht verlassen. Wir sind immer noch drin. So. So, da ist wieder dieser komische Zwerg. Komm her. Du Sagenheimer, die schick ich jetzt hier. So. Pappenheimer hier. Komm her. Komm her, komm her, komm her. So. So. Wo sprichst du hin? Hallo, was geht mit dir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll man von allein auf so einen Scheiß kommen, Freunde? Okay. Aber ich hab's geschafft. Komm her. Danke. Haben wir's komplett. Danke schön. So, letzten Drachen. Jet. Das war ein toller Flug, Spyro. Danke. Du hast eine Menge dazu gelernt. Hättest du nicht an einer einfacheren Stelle feststecken können? Echt, ey. Das ist wahr, Spyro. Da geb ich dir voll recht. Oh mein Gott. Entschuldigung, dass es nicht anders ging, dass ich das Level verlassen musste. Aber besser als drei Parts hier zu sitzen und immer noch nichts gefunden zu haben, wie das geht, ne? Was war das für ein verfickter Weg, den man einschlagen musste? Mann, ey. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus. So, hüpf. Hüpf. So. Aber wenigstens habe ich dieses beschissene Level fertig. Und das macht mich wiederum glücklich. Yay. So. Gut. Wirklich viel erreichen werden wir in diesem Part nicht mehr. Aber wir werden wenigstens das Endboss-Level hoffentlich noch betreten. Oder? Nee, selbst das schaffe ich nicht mehr. Nee, nee, nee. Aber hier ist es auf jeden Fall. Metall Head. Ja, Metall Kopf. Lässt sich ja schon vermuten, um was für ein Gegner es sich handelt. So. Aus dem Weg bitte. Hey, ich will die einsammeln. So. Ja. Ja, ja, du bist ganz cool. Das ist ein Meier. Okay, wie kommt man denn zu den Schlüssel, du? Das ist ein Meier. Das ist nichts, doch ist hier doch was wusstest du es doch. Ähm. Ah ja. Okay. Uuuh. So geschafft. Hier muss nichts mehr. Boah, schaffe ich nicht. Ah, oh Gott. Nein. Uuuh. Schleimisch. Äh, wobei es sich tun. Die war hier aufgelaufen. Na, aber ey, du Storma, du Scheißschlüssel. Wow, viel. So, na, wie viel kriegen wir? Uns fehlt noch ein Edelstein? Ach so, ja. Da. Ne, okay. Ich wollte schon sagen, dann hätte ich mich aber richtig aufgeregt. Aber wir sehen ihn jetzt zum Glück. Dummdi, 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 dumm. Dummdi, dummdi, dumm. Und... ...di-dum. So. Yay, wir haben die Overworld fertig. Ne? Jep. Dann würde ich sagen, im nächsten Part betreten wir die Bosswelt dieser Welt. Das Bosslevel eher gesagt. Also, ja, Kamera schön drehen. Ah, mal Schmetterling wieder auftanken hier. Bis dahin würde ich sagen, ciao Freunde.